Der Cardano-Gründer Charles Hoskinson spricht extrem positiv über die Zukunft von Kryptowährungen und wir stellen uns die Frage, ob durch den Crypto-Crash nun der Bullrun vorbei ist. Der Sponsor des heutigen Videos ist GoMining. Alles weitere zu dem Projekt findet ihr am Ende des Videos. Betrachten wir das allererste Thema und hierbei geht es vor allem um die Aussagen von Charles Hoskinson. Neben dem super interessanten Start am 12.09. der Smart Contract Funktionalitäten im Cardano-Kontext gibt es eben auch immer mal wieder sehr interessante Aussagen, die Charles Hoskinson mit der Welt teilt. Deswegen macht es absolut Sinn, ihm zum Beispiel auf Twitter zu folgen und vielen anderen Persönlichkeiten, die sich dort rumtreiben. Denn dort findet man eben, wenn man sich eine Crypto-Bubble aufgebaut hat, die bestmöglichen Informationen und bekommt sie eben auch schneller als auf allen anderen Wegen. Ich denke, gerade wenn es um Krypto geht, dann spielt sich vor allem auf Twitter alles ab. Natürlich gibt es ansonsten auch noch das eine oder andere Subreddit oder eben auch Bitcoin Talk, wo ebenfalls viele Themen heiß diskutiert werden. Doch Twitter ist eben die schnellste Social-Media-Plattform, die wir aktuell haben und dort finden wir aus meiner Sicht die bestmöglichen Informationen. Unabhängig davon geht es also nun um die Aussagen von Charles Hoskinson, der nun dem Bitcoin gratuliert hat. Klar haben wir an dem gestrigen Tag eine sehr, sehr starke Korrektur innerhalb von wenigen Stunden um über 20% miterleben müssen und viele andere Kryptowährungen haben ebenfalls erst einmal Federn gelassen und das Ganze ist eben so, wie es ist. Und in dem Fall spricht Charles Hoskinson eben sehr positiv darüber, denn es geht vor allem um die Integration des Bitcoins als offizielle Zahlungsmethode in El Salvador. Denn das wurde nicht nur angekündigt, sondern eben auch umgesetzt. Sicherlich gab es die ein oder anderen technischen Probleme, die wurden, soweit ich das mitbekommen habe, aber auch direkt angegangen. Und das zeigt eben, dass wir womöglich in den kommenden Jahren immer mehr Staaten sehen werden, die Kryptowährungen als Teil ihrer Geldpolitik verwenden, zum Beispiel als Reserven oder eben auch unter der Verwendung von verschiedenen Zentralbank-Abrechnungen zum Beispiel. Es gibt viele verschiedene, sehr interessante Ansätze, um in Zukunft eben Kryptowährungen mit einzubauen und deswegen solltet ihr euch unbedingt zum Beispiel auch mal den Begriff ISO 20022 ansehen, denn Coins, die bereits in diesem Kontext arbeiten und funktionieren, die können eben als Gewinner in der Zukunft herausgehen. Wir wissen, El Salvador hat es also nun hinbekommen, den Bitcoin zu integrieren. Sie haben außerdem ein Wallet, was 30 Dollar für jede Registrierung eben an die Nutzer herausgibt. Es gibt über 50 Automaten in dem Land und alle großen Läden oder beziehungsweise alle Läden und Unternehmen, die es in dem Land gibt, die akzeptieren nun Bitcoin-Zahlungen. Man sieht also, es funktioniert sehr, sehr gut und es scheint eben auch so zu sein, als könnten weitere Staaten von diesem Wissen profitieren. Ich bin sehr gespannt, wie die Strategie von verschiedenen Ländern in Zukunft aussieht. Hier erwarte ich aber sehr, sehr viel, vor allem weil wir auch eben wissen, dass die Menschen unter 25 sehr positiv Kryptowährungen gegenüberstehen und sie zum Teil eben auch besitzen. Für mich sind Kryptowährungen die absolute Zukunft. Ich halte nicht viel von dem aktuellen Geldsystem und glaube eben auch, dass sich hier einiges verändern muss und wird. Und mit dieser Erwartungshaltung baue ich nämlich auch mein Portfolio auf. Ich gucke also nicht nur auf die super interessanten Projekte, die jeder kennt, sondern eben auch auf die Projekte, die vielleicht nicht jeder kennt und von denen wir dann massiv profitieren können, weil sie vielleicht einfach noch die ein oder andere Seite mitbedenken, die die anderen Kryptowährungen gar nicht im Blick haben. Es gibt natürlich keine Garantie dafür, wie der Markt in Zukunft sich verhalten wird. Dass Kryptowährungen aber gekommen sind, um zu bleiben, darüber müssen wir sicherlich nicht diskutieren. Und dass vor allem in dem Fall die Gemeinschaft in der Krypto-Szene immer weiter anwachsen sollte, weil wir am Ende alle das gleiche Ziel verfolgen, das sollte auch klar sein. Jetzt erwarten wir natürlich erst einmal die positivsten News überhaupt in Bezug auf den 12.9. Und vor allem ist es natürlich interessant zu sehen, wie Cardano sich dann entwickelt, welche Projekte dann tatsächlich direkt umgesetzt werden, welche Projekte dann direkt bereitstehen und vor allem wie viel Liquidität innerhalb der kommenden Wochen dann im Cardano-Kontext bereitstehen. Das bleibt extrem spannend und ich freue mich riesig darauf, die Neuigkeiten dann mit euch zu teilen. Doch wie seht ihr das Ganze in Bezug auf Cardano? Was erwartet ihr? Schreibt das doch gerne mal in die Kommentare. Springen wir zum zweiten Thema und hierbei geht es um die aktuelle Marktsituation und um die Frage, ob der Bullrun nun vorbei ist. Sicherlich stellen sich viele von euch die Fragen, die ich hier gerade zusammenformuliert habe und ich denke, das wird nicht passieren. Doch die Frage ist natürlich, warum? Warum ist der Bullrun nicht vorbei? Viele Investoren sind das erste Mal im Krypto-Space unterwegs und kennen weder die Volatilität am Markt, noch haben sie ein Verständnis davon, was bereits in der Vergangenheit an Kurskorrekturen stattgefunden haben. Natürlich ist das klar, dass es nicht auf alle Investoren zutrifft, aber eben auf die, die einfach blind in Märkte investieren. Davon gibt es immer noch genug und das wissen wir und diese Menschen gehören eben auch dazu, denn sie befeuern den Markt natürlich auch nochmal mit ordentlich weiterer Liquidität. Trotzdem, und das ist mein Appell an euch, bitte informiert euch, setzt euch mit dem Thema Krypto auseinander, mit den jeweiligen Kryptowährungen und vor allem auch mit der Vergangenheit. Auch wenn sie nicht mehr 1 zu 1 eintreffen wird, ist es natürlich wichtig, einfach sich über die Konsequenzen Gedanken zu machen. Komme ich dann zum Beispiel mit einer 30-prozentigen Korrektur zurecht oder sogar einer 80-prozentigen Korrektur? Alles ist möglich und das hat die Vergangenheit bereits gezeigt. Und das sehen wir relativ gut an der Situation, die wir am Dienstag erlebt haben. Der Markt ist komplett zusammengecrashed. Wir haben in dem Fall eine Korrektur von über 20 Prozent innerhalb von quasi einer Stunde gesehen. Das ist eine Situation, die nicht üblich ist und wir wissen bereits, dass verschiedene Wale das Ganze initiiert haben, um womöglich wieder günstiger in den Markt einzusteigen. Das ist jedenfalls ein denkbares Szenario und mit dieser Situation muss man erst einmal klarkommen. Man sieht also, dass der Markt immer weiter ansteigt und sogar scheinbar auf dem besten Weg ist, die 60.000 US-Dollar langfristig wieder zu erreichen. Doch dann geht es auf einmal komplett bergab und mit dieser Situation muss man dann erst einmal umgehen. Das ist natürlich nicht das Ende des Bullruns. Das ist meine Meinung, das ist meine Überzeugung und ihr könnt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, ob ihr glaubt, dass es nun vorbei ist oder eben nicht. Ich denke, überhaupt nicht. Ich glaube, wir sind in einem intakten Bullrun. Ich glaube auch, dass wir all das, was wir jetzt gerade innerhalb einer Stunde oder der letzten Tage verloren haben, wieder ausgleichen werden. Ich erwarte sogar, dass wir die alten Alltime-Heist am meisten Kryptowährungen überwinden werden und das noch im Laufe des Jahres. Wir sollten eben diese Situationen nicht auf diesem kleinen Zeithorizont betrachten, sondern eben das Ganze auch mal mit einer Chart-Ansicht zum Beispiel, die weiter rausgescrollt ist. Das bringt uns dann in dem Fall einen Tag oder vielleicht auch sieben Tage. Das Ganze sagt natürlich relativ wenig aus, außer ich agiere hier als Trader aktiv. Deswegen einfach mal rauszoomen, sich die Situation mal angucken und dann merkt man relativ schnell, okay, es ist gar nicht so schlimm, wie man vielleicht geglaubt hat. Und das passt eben auch gut zu den Aussagen und Analysen, die wir von verschiedenen Persönlichkeiten mitbekommen haben. Ob am Ende dann der Bitcoin bei 100.000, 150.000 US-Dollar oder vielleicht sogar nur bei 64.000 US-Dollar am Ende des Jahres liegt, da spielt am Ende keine Rolle. Dass aber der Bitcoin in Zukunft, wie viele andere Altcoins, eben auch weiter anwachsen wird, davon bin ich maximal überzeugt und bin sehr gespannt, wie sich die Situation weiter verändert. Aber eben nochmal die Aussage, ich denke nicht, dass der Bullrun vorbei ist. Ich kann mich natürlich täuschen, aber es sieht eben alles andere als danach aus. Von daher einfach entspannt zurücklehnen, diese Korrekturen mitnehmen, als Potenzial sehen, als positives Ereignis und dann kann jede Person sehr, sehr stark durch solche kurzzeitigen Korrekturen eben profitieren. Am Ende natürlich sei nochmal gesagt, das ist keine Anlageberatung. Der Sponsor des heutigen Videos ist GoMining. GoMining ist eine super spannende Firma, die sich mit dem Thema Mining auseinandersetzt und der große Vorteil ist hier daran, dass wir kein teures Equipment kaufen müssen, sondern dass wir lediglich uns den Token organisieren und damit eben an dem Unternehmen partizipieren. Wir brauchen also auch keine Elektrizität zu bezahlen und das Ganze soll in dem Fall profitabler sein als normales, traditionelles Mining und auch Cloud Mining. In dem Fall ist jeder GMT-Token mit reeller Computer-Power hinterlegt und so kann man natürlich relativ einfach bei steigenden Preisen also eben auch entsprechend Profits generieren. Das Spannende daran ist aber auch, dass wir parallel dazu einen Burning-Konsens haben, heißt also, mit jeder weiteren Transaktion wird quasi immer mehr an Umlaufmenge vernichtet, was natürlich auch bedeutet, dass dadurch der Preis immer weiter nach oben geht und hier in der Grafik wird auch relativ gut gezeigt, was passiert, wenn zum Beispiel 90% der Token verbrannt wurden, 55% oder 20%, also auch das wird sich kontinuierlich verändern und bedeutet natürlich, wenn wir weniger Umlaufmenge haben und weniger GMT-Token, dass wir in dem Fall natürlich auch Werpreis erreichen werden und das Ganze ist natürlich eine super Angelegenheit und bedeutet in dem Fall auch, dass wir ein deflationäres Gut haben. In dem Fall ist der größte Unterschied zwischen GMT und Cloud-Mining vor allem der, dass wir beim Cloud-Mining ja immer nur für eine limitierte Zeit partizipieren können. Bei GMT ist es jetzt eben so, dass wir quasi gar keine Laufzeit haben. Wir können einfach investieren, uns diesen Token organisieren und partizipieren dann direkt am Mining und profitieren dadurch natürlich auch sehr stark. Aktuell gibt es knapp 2470 GMT-Holder, die sich hier also am Markt beteiligen und wir sprechen hier von einer Total Hash Rate von 201.000 Terahash pro Sekunde. Das Ganze ist natürlich weiter im Wachstum, denn das Unternehmen ist noch ziemlich frisch am Markt. Im April 2021 haben sie erst angefangen, das Data Center eben aufzubauen beziehungsweise es eben in Betrieb zu nehmen. Aktuell sprechen wir von einer Infrastruktur mit einer Power von über 200 Megawatt und das Ganze soll in Zukunft auch immer weiter aufgebaut werden. Natürlich gibt es auch wieder einen Stream mit dem Broadcasting. Das heißt also, wir sehen hier natürlich auch die Anlagen. Ob das am Ende genau die Anlagen sind, ist natürlich wieder sehr schwer zu sagen, denn das Unternehmen dahinter sitzt in Singapur. Dennoch sieht das natürlich gar nicht so schlecht aus. Parallel dazu haben sie eben auch ein Ambassador-Programm gestartet. Heißt also, wenn man als Content Creator oder sowas unterwegs ist und das betrifft mich zwar theoretisch, praktisch nehme ich aber an diesem ganzen Thema nicht teil, dann kann man sich eben noch mal weitere Privilegien und bessere Konditionen eben organisieren. Wie gesagt, ich nehme an diesem Ambassador-Programm nicht teil und habe das auch in Zukunft nicht vor. Außerdem gibt GMT eben auch alle möglichen Informationen, zum Beispiel über Twitter weiter. Hier sind sie super aktiv und versuchen eben uns auf dem Laufenden zu halten. Was machen sie gerade? Woran arbeiten sie? Und was steht in der Zukunft noch an? Ansonsten findet man unten auf der Webseite eben auch noch weitere Informationen, zum Beispiel auch über Reddit, Instagram, Telegram oder auch Facebook. Um das Ganze also relativ einfach in eine Kategorie zu stecken. Wir haben also hier eine Art Mining-Anbieter und das Ganze funktioniert super einfach und wir müssen lediglich den Token organisieren und haben ansonsten keine wirklichen Kosten durch irgendwelches Mining-Equipment, Elektrizität oder ähnliches. Wir haben relativ viel Liquidität dahinter. Es gibt ansonsten natürlich dadurch, dass wir durch die Mining-Rewards etwas bekommen und durch den Token selber eben auch die Double Profibility, natürlich eine super Sache und am Tag wird das wohl dann einmal eben ausgezahlt. Wir sehen hier die letzten Payouts, die stattgefunden haben. Wir haben das White Paper natürlich, das ihr euch unbedingt vorher ansehen solltet, bevor ihr in irgendwas investiert. Natürlich könnt ihr ansonsten auch über den Link hier direkt auf die Seite vorstoßen und euch dann eure Token organisieren. Wir sehen ansonsten auch das Market Cap, was sehr, sehr gering noch aktuell ist. Ansonsten sehen wir hier noch einen Pool-Income von 138 BTC, was kontinuierlich natürlich auch anwachsen sollte. Also das Ganze sieht erstmal nach einer ziemlich spannenden Idee aus, ein neuer Weg, sich mit dem Thema Mining zu beschäftigen und wenn ihr daran partizipieren wollt, dann guckt euch gerne die Links unten in der Videobeschreibung an. Wie gesagt, bevor ihr investiert, bitte do your own research. Das Allerwichtigste überhaupt, um überhaupt in solch ein Projekt eben investieren zu können, denn auch hier schweben natürlich Risiken mit, über die man sich klar sein sollte. Ich hoffe, dir hat dieses kurze und informative Video gefallen. Falls es so war, dann lass doch gerne noch schnell einen Daumen nach oben da, abonnier gerne meinen Kanal und aktivier die Glocke, um auch das morgige Video nicht zu verpassen.